Verteilt euch und baut ihr die Wände wieder das schaffen wir auch. Ich hab vergessen Wände. Wo baut ihr die Wände? Ganz unten? Und baut die Gaps dazu ne? Nicht dass ihr wieder reinfällt oder so. Alter. Ist nicht getroffen? Also ne, ist egal. Oh mein Gott. Verkackt jetzt nicht ne. Verteilt euch ne? Nein aber das. Der Gott. Der macht das. Die blitzen aber einfach nicht wie das geht. Ich cheate halt einfach. Ich hätte aber auch schon den ersten Schuss beenden können aber ich hab bitte verkackt.